weil hallo ihr lieben heute machen wir was ganz anderes nämlich so ganz anders wahrscheinlich nicht aber ich möchte mir mal die verträge von ihm hier anschauen das ist schön damit wir uns hier auch mal angucken das jüngste gericht alles hat seinen weiß und Hilfe suchen dann schauen wir mal und will auch gerne mal in den laden schauen was gibt es denn hier schönes eine feuerschale als verzierung hornbogen das denke ich mir auch dass du hier sein wirst wo müssen wir denn hin da ist der erste und da oben sind auch zwei ich glaube ich hatte einen vergleich von hier aus das scheint am einfachsten zu sein ist mal ein trödelgang durch die siedlung ist klar la 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 Und beim nächsten Mal mache ich dann hier mit der Schatzsuche weiter. Oder besser gesagt, ich fange dann mal mit an. Wir werden einsetzen, die sind ja fertig. Und beim nächsten Mal. Töte das Ziel. Ah, noch ein paar Meter. La 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 la. La 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 la. Ich weiß es glaube ich auch noch nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich komme hier sogar in Karp. Mal glatt gucken. Hm. Ich habe hier ja auch noch ein Karp. Ich habe hier keine Quest oder sowas. Das scheint mir ein Opal zu sein. Ja, ist auch einer. Nach vorne würde ich sagen. Die werden sofort angreifen. Dann lass dich nicht erwischen. Okay, die stehen hier alle drei in dem Durchgang. Na komm, ich habe hier was für dich. Wenn das immer so klammen will. Tot bestätigt. Das war es schon. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Karte. So, die anderen waren irgendwo da oben glaube ich. Genau. Dann nehmen wir den. Und hier kann ich mich gar nicht erinnern. Und hier kann ich mich gar nicht erinnern. Jetzt fülle ich mich wie ein nasser Hund. Jetzt mal runter, damit ich wieder hochklettern kann. Sehr schön. So. Wo ist er denn hin? Bin ich schon so nah dran? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo? Doch, ich bin schon so nah dran. Ha. Weiß noch nicht wo er sein soll. Wahrscheinlich hier ein Wege. Scheiße. So. Nee. Wir werden hier überOL-1 rein. so haben wir sind gesichert naja vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen verwirrt cool dass bei der jagd ist soweit auch noch nicht gesehen besser gesagt er wird angekommen richtig Auer das Tier war eigentlich nicht ja der will mich doch fahren jetzt ist er wieder 300 meter in der richtung das ist das andere ziel also echt mal ich meine ich hatte jetzt spaß mit den schweinen und den wölfen und den pferdetippen aber trotzdem ihr seid das aber nicht oder doch da ist er doch um dich kümmern sie können sich mal die und unseren und ja ja ok ok du bist feige und gleich tot für den heiligen denis du darfst zerweißen schling erstmal du weg einer von euch reicht mir wie springst du denn hin oder was soll das denn das stimmt wohl ja das wird auch im kauf bleiben sein glaube ich so totbestellig Ich will doch nichts von dir, ganz ruhig. Na gut, dann fuhre ich gleich. Oh, eine Tunknebahn. Hier zu finden. Ich trage sogar keinen Wuffi, auch wenn er nicht der hübscheste ist. Oh, wie süß. So, dann auf zum nächsten Ziel. Da oben. Bin ich so weit weg von hier. Sie fühlen mich schönen. Wo ist er? Da kommt er an. Er hat irgendwie ganz schön Schuss vor mir. Ich finde die vermisste Person. Wieder so eine fette Sau. Lecker gut. Ich kümmer mich. Boah. Michael erstmal und ich. Bleib hier. Schweinchen dick. Okay. So, jetzt muss ich aber hier echt mal gucken. Mach ja alle Leute wenig Schaden. Okay, für mehr rechts nicht. Äh, halt eins noch. Hier mal gucken. Beherrschungspunkte. Ach, Fähigkeitspunkte habe ich noch. Wo sind die denn noch offen? Na hier. Was macht das denn? Wolfskriger. Also je mehr Gesundheit, also je weniger Gesundheit, umso mehr Auer. Wo fehlt da noch einer? Also irgendwo ist hier bestimmt noch was frei. Aber ich sehe es jetzt nicht. Okay, erstmal aus der Giftfolge raus. Da vorne war das glaube ich. Würde ich mal schätzen. Vermuten. Gibt es da etwa Ärger? Ja, gibt es. Du weißt es nur noch nicht so richtig. Kein Schritt weiter. Mach den dabei. Wieso haben das jetzt nicht geklappt? Ich glaube ich habe die falsche Tasse gedrückt. Okay. Ich habe einer kaputt gegangen. Ich bin echt mal. Schön, dass der Rest Schwinging nicht reagiert hat. Hilfe! Ich brauche Hilfe! 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 Nein. Irgendeine hat es auch bestimmt gehört, oder? Was ist da los? Na ich bin hier. Ich glaube ich habe eben die falsche Taste gedrückt. Deswegen ging das in die Rohrsaft. Ich habe persönlich L1 gedrückt. Na, das muss dir natürlich aufgefallen sein. Genau, ich habe dir ein paar Ratten da gelassen. Ja, er hältst mich nicht. Na gut, dann komm runter. Hinter dir, hinter dir, da bin ich. Na, kannst du mich nicht mal 30 Meter weit werfen oder so? Hier gibt es nämlich auch noch eine Trophäe. Gehe habe ich noch nicht. Ohne der verletzten Wut. Wo ist das denn hin? Junge, ich wollte mir gerade die Dings da hinten anfangen. Wo ist er denn? Ich habe hier was für dich. Okay. Mein Dank ist dir gewiss, Rabenschwinge. Dann komm und beschütze den Zoolisten. Na dann. Boah, da muss hier futtern. Okay. Okay. Ich danke dir von Herzen. Das weiß ich zu schätzen. So, sehr schön. Der Vertrag ist abgeschlossen. Fein, fein. Jetzt bin ich aber... Oder war das nur vielleicht in Erinnerung? Sieht so aus. Also ich habe nichts mit neuen Questen. War schön mal die drei Verträge gemacht zu haben. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter mit den Schätzen und so weiter. Also, ja, ich schätze Rätsel. Ich denke mal, ich fange hier an in Metlana. Würde es sich ja anbieten. Bin gerade in der Nähe. Ja. So weit okay. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Harry.